Die Kamera bereithalten, bitte auch die Kinder festhalten, ja? Oh ja, bitte. Und dann können Sie Fotos machen. Also wenn Sie sich alle auf die rechte Seite stellen, dann fallen wir um. Ich bleibe auf der linken Seite. Die, die dann noch auf dem Boot sind, die haben vielleicht Glück.